Ich mache mir ja immer wieder Gedanken, wie ich aktuelle KI-Tools sinnvoll in meiner Bildungsarbeit einsetzen kann. Und eine neue Entwicklung bei ChatGPT ermöglicht es nun, aktuelle Sprachmodelle miteinander zu verbinden. Und ich möchte an einem konkreten Beispiel jetzt mal zeigen, wie ich diese Funktion in der Projektdokumentation nutze und daraus direkt einen Artikel in meinem persönlichen Schreibstil dann auch erstelle. Es bleibt also spannend. Weiter geht's nach dem Intro. In meinem letzten Video habe ich mich ja damit beschäftigt, ein Sprachmodell bei ChatGPT zu erstellen und dieses so zu trainieren, dass es möglichst in meinem Schreibstil auch schreibt und auch Texte erfasst. Und wenn das jetzt für dich erstmal komplett neu ist, wo du dich fragst, was ist eigentlich ein Sprachmodell, dann schau dir bitte erstmal dieses Video an, denn das, was jetzt kommt, das baut da drauf auf und setzt auch voraus, dass du weißt, was ein Sprachmodell ist und wie man dieses auch erstellt. Konkret geht es mir jetzt darum, dass ich im letzten Jahr hatten wir ein Projekt, Eduverse Social. Hier ging es um die Eignung von digitalen 3D-Räumen im Bildungsbereich. Und da ist natürlich auch interessant, wie wirkt sich das auf die Kommunikation aus, auf die Teamfähigkeit, auf die Gruppenprozesse und auf das Lernerlebnis. Und da haben wir Interviews geführt. Interviews mit verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und diese Interviews, die habe ich mir transkribieren lassen. Dazu habe ich Whisper verwendet. Das ist auch ein Transkriptionstool von OpenAI. Dazu habe ich hier auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Und hatte dann im Prinzip die Texte zu den einzelnen Videos. Und hierzu habe ich mir dann hier ein eigenes GPT, ein eigenes Sprachmodell erstellt, das Eduverse Social GPT. Und wenn wir jetzt hier mal in die Einstellungen reinschauen, Eduverse Social GPT, sieht man dann, dass ich hier in den Konfigurationseinstellungen dann die ganzen Dateien hochgeladen habe. Also das heißt, das Eduverse Social Sprachmodell, das hat jetzt Zugriff auf sämtliche Daten von den einzelnen Interviews und kann auch darauf zugreifen und damit arbeiten. Das heißt, es ist für mich jetzt problemlos möglich, in das Eduverse Social Sprachmodell zu gehen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Zu fragen, welche Auswirkungen haben digitale 3D-Räume, zum Beispiel auf die Gruppendynamik. Und dann lasse ich ChatGPT jetzt erstmal die Transkripte zusammenfassen und diese Ganze jetzt erstmal auflisten. Das passiert jetzt aber im normaltypischen Schreibstil von ChatGPT. Und meine Frage war jetzt, wie kann ich da draus jetzt möglichst einfach einen, zum Beispiel einen Blogbeitrag über dieses Thema, Auswirkungen von digitalen 3D-Räumen auf die Gruppendynamik schreiben, möglichst in meinem Schreibstil. Und hier kommt jetzt die neue Funktion von ChatGPT einfach zu Tage, dass es nun möglich ist, mehrere dieser Sprachmodelle miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht diesen ganzen Text jetzt rauskopieren und dann in mein neues Sprachmodell reingehen, sondern ich kann jetzt einfach hier in das Textfeld reingehen und dann mit dem Add-Zeichen ein entsprechendes Sprachmodell auswählen und dann sagen, fasse mir bitte diese Punkte in einem neuen Blogbeitrag in meinem Sprachstil zusammen. Jetzt gucke ich mal gerade, hat er schon fertig geschrieben, genau, und dann klicke ich auf Send Message. Und jetzt sieht man hier direkt, dass der Stilassistent von Tobias angesprochen wird und jetzt wird auf der vorher dargestellten Datenbasis mit meinem Schreibstil ein Blogbeitrag erstellt. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine irre Erleichterung. Natürlich geht es erstmal darum, die Sprachmodelle entsprechend zu trainieren, dass der Schreibstil stimmt, dass die Informationsbasis stimmt. Aber wenn das alles passt, eine irre Erleichterung, wirklich mit wenigen Mausklicks die Videos zu transkribieren, die Texte zu haben, eine Datenbasis zu schaffen, diese über ein Sprachmodell anzusprechen und dann mit einem anderen Sprachmodell in einem entsprechenden Schreibstil den Beitrag schreiben. Und wenn man jetzt hier einfach nochmal reinschaut, erst jedoch fleißig abschreiben, gucken wir mal neue Dimensionen der Gruppendynamik in digitalen 3D-Räumen. Die digitale Transformation hat in unseren Alltag in vielen Bereichen grundlegend verändert, besonders im Bildungsbereich eröffnet digitale 3D-Räume, neue Horizonte für Lern- und Lehrprozesse. Durch welche Auswirkungen haben diese virtuellen Räume tatsächlich auf die Gruppendynamik? Ich muss sagen, ich habe meinen Sprachassistenten doch nicht zu 100% aus- und fertig trainiert, aber mit dem, was er hier abliefert, bin ich wirklich ja auch sehr zufrieden. Und das bringt mich einfach zu der Frage, wo gibt es noch Einsatzszenarien, wo wir verschiedene Sprachmodelle miteinander verbinden können? Vielleicht fällt euch ja hier noch was ein. Projektdokumentation, Auswertung, Berichterstattung. Lasst uns das einfach mal ein bisschen zusammen fantasieren, auch die Ergebnisse in den Kommentaren mal sammeln. Gebt mir hier einfach mal Feedback. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.